Und sind auch schon in der nächsten Aufnahme. Ich bin der beste Läufer dieses Bezirks. Sie sagen, wir wären auch recht gut. Beweist es. Das würde ja bedeuten, dass ich zwischendurch zweimal den Knopf drücken muss und es überhaupt gar nicht abgelenkt bin dadurch. Man verpatzt sich's bestimmt. Ich hoffe, ich laufe richtig. Ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ups, ja, das war jetzt der erste Fail und wahrscheinlich werden wir es dadurch jetzt schon auch nicht mehr schaffen. Auf das Seil und rüber da. Und links und rechts und geradeaus und hopsassa und hoppassa. Ähm, ich würde jetzt gerade... Oh, sag ich doch da. Ja, sofort runter. Ich kann nicht, ich muss ein Race machen. Siehst du das nicht? Oh, ich freue mich schon auf den... auf das Race, wo ich mich wieder so tierisch aufrege. 13 von 32 erst. Oh, jui, jui, jui. Ja. Das heißt, wir haben gleich die Hälfte um, aber... Äh, doch, die Hälfte an Items, äh, beziehungsweise Checkpoints haben wir auch erreicht. Könnte also gut... Ja, 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 ja. Ich hube gleich zurück, ey. Gut, dass wir da nochmal nachgegriffen haben. Ah, was sagt die Uhr? Wenn hier nicht so viele Passanten wären, wäre das Ganze einfacher, aber dann wäre es ja auch langweilig irgendwo. Ähm, jetzt hier wieder hoch. Eine Minute noch, also ein Drittel Zeit haben wir noch. Oh, wenn jetzt nicht alle Strecke reißen, glaube ich, dass das funktioniert. Ja, ich bin noch auf dem Weg. Ich muss doch hier nur was einsammeln. Da ist schon mal eine Kiste. Basilica di San Lorenzo. Ähm, da ist schon wieder eine Glühwe. Fände ich jetzt persönlich ja ganz gut, wenn das jetzt hier auch enden würde. Dann würde ich die nämlich auch direkt noch erledigen. Ich glaube, das sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Nö, nicht wirklich. Der San Marco Flitzer. Mhm, na. Ich kann schmunzeln, ich weiß warum. Ihr nicht, das ist nicht mein Problem. Äh, das... Wo könnte denn hier die Glühwe sein? Bestimmt hier. Ja. Nö, eiskalt nicht. Ich lasse das mal in das Adlerauge an. Was ist das da? Ah, ein Steckbrief wieder mal. Das ist eine Bank. Das ist ein Versteck. Da ist auch wieder nur ein... Na, ich gucke da mal ein bisschen genauer hin, weil da ist sie doch. Ähm, die sehen teilweise genauso aus, die Steckbriefe, wie Federn. Und ich hatte ja gesagt, ich wollte nicht explizit wirklich alle sammeln, aber, äh... Hin und wieder so eine mitnehmen, ist ja auch nicht so verkehrt. Auch ein kleines Äffchen. Auch schön. Es wird immer leichter, sich in das Tergus-Mitframe zu hacken. Es scheint fast, als müsste ich nach welchen Daten ich suchen muss, als hätte ich es schon erlebt. Ja, du bist ja auch nur in deiner Erinnerung. Eigentlich. Ach, schon wieder so ein schwieriges. Was haben wir denn da? Vietnam? Vietnam, ja gut. Da haben wir doch was drin. Führt die Jugend zu ihrem Ende. Nehmen wir doch das da. Die Flammen aus seinem Schlund stechen ihnen die Augen aus. Dieses Monster kommt nicht von den Menschen. Da habe ich beim letzten Mal durchspiel. Ich habe so lange dran gesessen, bis ich dieses verfluchte Rätsel gelöst habe. Und, ähm, ich weiß auch nicht, ob es, äh, ob ich es jetzt so schnell hinkriege, weil, wenn ich es mir gemerkt hätte. Ich glaube, ich glaube, es war das hier. Nein, war es nicht. Jetzt geht es nämlich los. Ähm, oder? Das hier? Tja. Ähm. Hier ist auf jeden Fall so ein lustiger Code drin, aber der bringt uns in keinster Weise weiter. Tja, tja, tja. Irgendwas. Irgendwas war das. Ich kann jetzt einfach völlig durch die Gegend klicken, aber... Ach, ich glaube, es war genau dieses hier. Äh, ich glaube, es war irgendwie so eine Anspielung auf ein Gewehr oder so. Ne, war es doch nicht. Irgendwie sowas war da, aber... Es hatte irgendwas mit einer Waffe zu tun. Der Feuerball? Ach, da. Yo. Das ist ja mies. Man sollte sich schämen. So viel zum Thema diese Suchrätsel. Sie sind ja voll einfach. Hat uns jetzt gute drei Minuten gekostet. Na ja. Ist ja nicht mein Problem. Und da haben wir schon die vierte. Äh, wie viel haben wir denn ernst gesagt? 5, 6, 7, 1, 9, 10, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Keine Ahnung, wir vergessen. 24 oder so. Ähm, ist hier ein Aussichtspunkt. Es würde mich doch stark wundern, wenn hier keiner wäre. Aber tatsächlich ist hier kein Aussichtspunkt. Dort ist aber einer. Aber wir machen das jetzt ein bisschen anders. Ich habe jetzt... Das ist eine Codex-Seite. Jetzt bin ich echt, äh... Ne, das wird jetzt eine längere Reise. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Klappern dann nach dem nächsten Aussichtspunkt ab. Dann gehen wir zu der Kodak-Seite. Vielleicht finden wir hier in dem Bereich auch noch was Schönes. Ähm, danach gehen wir zu unserer Mission, unserer eigentlichen, zurück. Und nehmen da den Aussichtspunkt noch mit. Klingt das gut? Das klingt gut, ne? Machen wir so. Gut, also erstmal fröhlich ab nach Westen. Ich renne zwar nach Osten, ist mir aber egal. Ähm... Jetzt erstmal wieder hier runterkommen, ohne... sich ein bisschen die Knöchel zu verstauchen, ne? Hauern, hopp! So langsam kommt's aber wieder mit der Steuerung. Also ich baue jetzt deutlich weniger... Ich wollte nichts sagen, nein, nein. Ähm... Ja, klar, klatschig vom Dach runterkommt direkt der wieder der alte Klimper. Ich hätte es nicht sagen sollen. Wie war das mit Teufel an die Wand malen und so? Hm? Was ich sagen wollte, kommt direkt wieder so ein Klimpermann an und geht einem mit seinem Lauter auf den Sack. Gut, dass er nicht klettern kann. Wir schleichen uns mal einfach an dem hier vorbei. Hier ist niemand. Ups, da ist noch einer. Na gut, komm, der muss jetzt leider dran glauben. Lass dich! Ähm... Ich muss sagen, ich mag diese Stadt nicht besonders. Also die Dächer hier, die sind so angeordnet, dass man nicht wirklich schnell auf den Dächern vorwärts kommt. Es geht wahrscheinlich schneller, wenn man einfach auf den Boden rennt. Das war in einer Stadt von Assassin's Creed 3 nämlich auch so. Äh... Da hat es sich einfach nicht gelohnt, im Prinzip die Luftlinie über die Dächer zu gehen. Weil die halt immer wieder von größeren, äh, Häuserschluchten unterbrochen wurde. Und da haben wir eine Feder gefunden, glaube ich. Ja. So, dass sich der normale Weg über die Straße halt dann doch mehr gelohnt hat. Ähm... Da ist der Aussichtsturm. Krabbeln wir mal weg. Hopp, hopp, hopp. Die... Genau, die Federn müssen wir bei unserer Mutter zurück in die Kiste stopfen, damit die mal wieder ein bisschen klein im Kopf wird. Und das Geld müssen wir auch noch in der Villa abholen. Das vergesse ich ganz gerne mal. Also... Eben wo an mich selbst Geld abholen. Und eventuell noch ein bisschen Stadt ausbauen. Aber bis wir da sind, da gehen bestimmt noch ein, ja, ein, zwei Vögelchen, gehen da noch ins Land. Schwupp. Boah, ich frag mich ja, was mit dem passiert. Oh. Verdammt, er muss schneller laufen. Ich habe dringende Termine, ganz woanders. Wo ist er hin? Wieso klatscht er nicht mal runter? Ich wollte nichts Böses. Oh, ich krieg den auch wieder nicht. Ich bin grad ein bisschen angespannt, weil ich nicht weiß, wie ich den am besten angreife. Sag mal. Wieso kriege ich den denn nicht? Warum greift er nicht an, verdammte Scheiße? Ja, so. Entschuldigung. Ah, Menno. Wir haben den die ganze Zeit im Target-Bünder am Klicken wie so ein Weltmeister und nichts passiert. Und ihr lacht auch noch, ne? Blödes Gesocks. Ach, guck an, da haben wir noch eine Codex-Seite gefunden. Nein. Da ist die Codex-Seite. Genau. Und daneben ist ein Gemäldehändler. Den werden wir auch dann direkt einmal aufsuchen. Wir müssen mal gucken, ob wir uns da so schönes kaufen können. Denn auch das steigert natürlich schlussendlich den Wert unserer Stadt und generiert somit mehr Florin-Einkommen für uns. Damit wir uns noch mehr schöne Bilder kaufen können und uns ins Badezimmer, in den Flur oder in die Galerie hängen. Äh, da, genau. Da ist der schwer bewachte Ort. Ups. Und wir springen mal einfach runter. Das war jetzt aber ganz schön knapp, ey. Meine Kästchen, die waren komplett runter. Und, äh, gut, dass ich noch eine Heiltrag hätte, sonst hätte ich jetzt, äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich gestorben. Ähm, ne? So, wir plündern jetzt gerade mal einfach hier ein bisschen die Leichen. Gut, machen wir jetzt gleich weiter. Ey, der Hammer! Ups. Zack, 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 zack. Na komm, wer greift ihn ja an. Und, na komm schon. Na, komm. Ja, klar. Wo willst du hin? Ach, jedes Mal, wenn da steht, äh, Plündern oder Leiche plündern, nämlich so ein bisschen an Manschkin das Kartenspiel. Die Karte plündert die Leichen. Finde ich gut. Ähm. Falls ihr das nicht kennt, könnt ihr ja mal nach googeln. Das ist ein ziemlich gackiges Spiel. So, haben wir jetzt alles hier aufgesammelt. Dann gehen wir jetzt mal da rein. Und holen uns die Codex-Seite. Ja.